Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 1. April 2021. In der Arena der Birnen wurde die Frühlings- und Sommermode für die Saison 2021 gezeigt. Die beliebte aufsteigende Designerin Kure präsentierte ihre aktuelle Mode, die thematisch auf Frühling und Sommer abgestimmt ist. Sehen wir uns die Aufnahmen einmal an. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020